Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 2. Oktober. Heute dabei HP, Instagram, Project Stream, Google Maps und Deutschland83. Ja, beginnen tun wir mit etwas Hardware, und zwar Hardware von HP. Die haben nämlich jetzt den Spectre Folio vorgestellt, ein Laptop aus Leder. Ja, klingt erstmal komisch, ist es auch irgendwie, zumindest für mich gefühlt. Und ja, es ist eben nicht irgendwie eine Ledertasche, eine Lederhülle oder ein bisschen Leder draufgeklebt, sondern schon vorne die ganze Handballenauflage ist wirklich in Leder und da rutscht, sag ich mal, die Tastatur so ein bisschen rein. Der Rahmen vom Bildschirm und die Tastatur an sich sind natürlich weiter ganz normal und eben nicht aus Leder. Das Ganze ist ein 13,3 Zoll Convertible, sprich man kann es halt auch umdrehen wie ein Tablet nutzen. Und ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Und HP hat wohl gesagt, sie haben sich angeguckt, was sie neu machen wollen. Und es gibt ganz viele, die halt im höheren Bereich Metall eben einsetzen. Plastik ist eben der untere Bereich und dann dachten sie, sie machen mal Leder. Tja, könnt ihr euch mal angucken, ob euch das zusagt. Und ich bin mal gespannt, ob das wirklich mehr als eine Saison überlebt. Ja, was auf jeden Fall überlebt, ist Instagram. Und da gab es ja letzte Woche die Information, dass die Gründer Kevin Sistram und Mike Krieger Instagram bzw. Facebook verlassen werden. Und dann war natürlich die Frage groß, wer wird der Nachfolger? Und das ist jetzt auch geklärt. Das ist Adam Mossery. Mossery, keine Ahnung, wie der sich ausspricht. Der war mal früher Facebook Vice President of Newsfeed. Danach war er jetzt Instagram Vice President of Product. Und jetzt ist er eben Instagram Head. Also der Kopf, der Chef, wie man es dann auch nennen möchte. Das sind halt amerikanische Titel. Ja, schauen wir mal, wie er Instagram dann weiter voranbringen möchte. Ein sehr interessantes Projekt. Das ist das Project Stream, das heißt wirklich so, von Google. Google möchte nämlich in den Streaming-Markt für Spiele einsteigen. Und testet das jetzt mit Project Stream. Und das bedeutet, Spiele direkt gestreamt spielen im Browser. Chrome logischerweise. Und dafür arbeitet Google mit Ubisoft zusammen. Und es geht um das Spiel Assassin's Creed Odyssey. Und das soll dann getestet werden in der Testphase, für die man sich auch bewerben kann. Aber bevor ihr jetzt schon irgendwie aktiv werden wollt, ich kann euch gleich sagen, ihr müsst in Amerika sein. Ihr müsst auch dort über eine entsprechende Internetverbindung verfügen. Also entsprechende Geschwindigkeit logischerweise. Und älter als 17 sein. Aber wahrscheinlich seid ihr alle raus, weil ihr eben nicht in Amerika lebt. Auf jeden Fall spannend. Und mal gucken, ob die das wirklich hinkriegen. Und sie haben sich extra von vornherein einen AAA-Titel rausgesucht, weil da die Herausforderung größer ist. Und wenn das gemeistert wird, dann sind sie wohl gut dabei. Und es wird ausgeweitet. Aber bleiben wir mal bei Google. Denn diese Woche, und wenn ihr dann auch eben nicht in Amerika lebt, ganz überall auf der Welt, gibt es ein neues Google Maps mit einer ganzen Menge Änderungen. Und zwar für Pendler. Pendeln ist ja gerade in Amerika ein Riesenthema. Aber natürlich auch in Deutschland. Und Pendeln, das kann bedeuten, ja, morgen ist die Strecke auf einmal, weiß ich nicht, x-mal länger. Ich selber kenne das aus dem Ruhrgebiet, wo ich es mit dem Auto auch nie einschätzen kann. Konnte damals zur Arbeit, ob es eine Stunde dauert oder zwei oder auch vielleicht mal nur 40 Minuten. Und das ist ein Riesenproblem. Und dafür gibt es jetzt entsprechend neue Funktionen in Google Maps. Kommt jetzt dieser Tage für iOS und Android. Da kriegt man ganz viele Anzeigen extra für Pendler, die dann auch theoretisch auch noch wechseln können. Statt mit dem Auto zu fahren auf die ÖPNVs. Und was sie dann einplanen müssen. Und auch der Weg zur Arbeit zu Fuß, den man noch danach oder davor hat. Also auf jeden Fall ganz spannend. Ich vermute mal, sehr optimiert auf Amerika. Aber warten wir mal ab, welche Städte in Deutschland dabei sind. Aber zusätzlich auch ein schönes Feature generell für alle. Es gibt Music, die direkt aus Google Maps bedient werden kann. Und zwar Spotify, Apple Music und Google Play Music. Das finde ich ganz praktisch und schön. Muss man die App beim Navigieren nicht wechseln. Und ich werde das auf jeden Fall mit meinem Spotify nutzen. Ja, und heute ist zwar der 2. Oktober, aber logischerweise ist morgen der 3. Oktober. Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Und das feiert Amazon bzw. Amazon Prime Video mit der Serie Deutschland 83. Die wird vom 3. bis zum 5. Oktober freigestellt. Also alle 8 Episoden der Staffel können kostenlos gestreamt werden. Also man muss eben nicht Amazon Prime Kunde sein und entsprechend den Zugang haben. Sondern jeder kann es in den paar Tagen dann streamen und sich angucken. Und finde ich eine schöne Sache. Also, wenn ihr die neue Serie noch nicht kennt. Ich kenne sie noch nicht. Ich finde sie aber ganz interessant. Weil, ja, das ist ja eine Zeit, die habe ich zum Teil noch miterlebt. Ich werde es mir angucken. Aber auch außerhalb vom 3. bis 5. Oktober. Denn ich bin ja Amazon Prime Kunde. Ja, und das war es auch. Und weil ich ja in Österreich derzeit bin, ist für mich morgen auch kein Feiertag. Und entsprechend gibt es morgen logischerweise wieder eine Geek Talk Daily. Und ich hoffe, wir hören uns dann. Kommt gut in den Dienstag. Ja, macht irgendwas Schönes abends, wenn ihr morgen frei habt. Und wie gesagt, bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.